Unser Projekt ist der School Wi-Fi Rater und unser Motto ist sozusagen, kein WLAN in Schulen, kein Problem. Warum überhaupt der School Wi-Fi Rater? Naja, jeder derzeitige Schüler kennt es wahrscheinlich, dass es in Schulen kein WLAN oder nur schlechtes WLAN gibt. Das sind natürlich die besten Voraussetzungen für eine digitalisierte Schule. Gut. Unsere Idee ist eine Bewertungswebsite für WLAN in Schulen, die zeigt positive Beispiele, aber auch negative Beispiele von Schulen, sodass die negativen Beispiele sich durch Tipps und die Pläne der positiven Schulen verbessern können. Zum Design und den Funktionen. Wir nutzen Sterne zum Anzeigen der Bewertungen und wie gut das WLAN ist. Jeder kann bewerten und die Website ist auf Handy und Laptop bzw. PC aufrufbar und dafür optimiert. Unsere verwendeten Technologien sind am Frontend HTML und CSS und im Backend eine Database. Das ist SQLite und Python mit dem Framework Bottle. Unsere Erfahrungen durch dieses Projekt sind zum Beispiel das Verknüpfen der verschiedenen Teilprojekte in ein ganzes System, da wir ja teilweise auch in unterschiedlichen Gruppen gearbeitet werden. Das alles zu verbinden war für uns teilweise eine neue Erfahrung und vor allem auch mit Python und Bottle, das mit dem Web-Server. Dann hatten wir ein kleines Problem mit den Anzeigen von Bildern. Das hat nämlich am Anfang nicht geklappt, in unserem Fall die Sterne. Wir haben eine Lösung gefunden, die als Symbole zu benutzen, das dann funktioniert hat. Und natürlich haben wir auch sehr viele neue technische Fähigkeiten Erweiterung bekommen, vor allem in HTML mit CSS und in Python. Unsere Zukunftspläne sind Siegermedaillen für die besten Schulen, dann Verlinkung der Schulwebsites, besseres Design in CSS und so, Anmeldung für die Schüler, dass sie nur einmal irgendwas abstimmen können und nicht einfach nur spammen können und dann auch natürlich Datenschutz und die Filterfunktion für die Schulen in einer Region, wie zum Beispiel für Dresden. Du bist. Genau, jetzt kommt die Live-Vorstellung unserer Website. Ihr seht schon eingeblendet die URL der Website. Könnt ihr gern mit eurem Laptop oder mit eurem Handy draufgehen und abstimmen. Dann warten wir mal kurz. Ich glaube, gleich können wir dann auch umswitchen. Ja, im Grunde wisst ihr schon alles über das Programm. Ich muss jetzt hier ein bisschen Zeit wegmachen. Und es gibt nur zehn Schulen zur Auswahl. Die sind größtenteils auch alle ausgedacht. Also, ihr könnt für irgendwas abstimmen, was ihr wollt. Wie weit seid ihr jetzt so? Dann sieht man jetzt hier die Website. Das ist die Startseite mit der Ranking-Liste. Da gibt es jetzt hier die zehn Schulen mit den Bewertungen. Und man hat eine Sterneanzahl und das Durchschnittsrating der Schule. Dann können wir mal hier auf Bewertungen abgeben klicken. Und ja, dann kann man jetzt hier die Schule wählen. Und ja, nehmen wir mal hier die Jugend-Hack-Schule und geben natürlich fünf Sterne. Ist ja logisch. Und dann senden wir die Bewertung. Und unsere Bewertung ist abgegeben. Jo, das war's. Vielen Dank.